Hi Leute, heute präsentiere ich euch meine Lippenfliege-Sammlung und wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Wir beginnen jetzt einfach mit Babylips, weil von habe ich am allermeisten. Und zwar habe ich jetzt allererstes den normalen Hydro-Care. Nämlich diesen hier. Der ist echt voll gut und der ist einfach weiß. Wie ihr sehen könnt, ist er auch ziemlich leer schon, weil ich den schon so lange habe. Das ist einer meiner absoluten Lieblinge. Im Moment. Dann habe ich einen von dieser Dr. Rescue Reihe. Und zwar ist das Berry Me Saft. Der ist immer so mit Mendol. So sieht er aus. Und das Mendol, merkt man hier auch, riecht auch ein bisschen nach Medizin. Finde ich aber gar nicht schlimm, weil das hilft meinen Lippen echt voll und deswegen trocknen die nicht mehr so aus. Dann habe ich noch diesen hier. Und zwar ist das einer, der der zweite war, den ich gekauft hatte. Das ist einfach einer, der nach Pfirsich riecht. Er heißt auch Beach Kiss. Das sieht eher von drinnen aus. Also schon ziemlich braun, aber das merkt man nicht mehr auf den Lippen, weil das verschwindet vollkommen. Dann habe ich noch einen und zwar von dieser Elektro-Reihe. Strike a Rose nennt er sich. Und das war wirklich ein Fehlkauf, denn der ist eher ein Lippenstift für mich als was anderes. Knallrot, wie ihr sehen könnt. Aber in der Kamera nimmt das nicht so ein. So sieht der aufgetragen aus. In der Kamera, wie gesagt, sieht man es nicht so, dass er ganz, ganz rot ist. Aber er ist echt knallig. Genau, deswegen benutze ich den eigentlich fast nie. Dann habe ich zwei von Happy Lips. Und zwar einmal ist das dieser hier. Der heißt Shine Like Berries. Der sieht einfach ganz normal weiß aus. Eigentlich hat er Glitzerpartikel, aber die sieht man jetzt in der Kamera wie erwartet natürlich nicht. Also den Geruch kann ich eigentlich so beschreiben, dass er nach total süßer Kaugummi riecht. Und deswegen mag ich den überhaupt nicht leiden. Und der steht eigentlich nur so rum. Aber man kann ja auch mal einen Fehlkauf haben. Dann habe ich noch einen von Happy Lips. Und zwar ist das dieser Strawberry. Den habe ich mir vor kurzem zugelegt und den auch noch nie benutzt. Der riecht einfach nach Erdbeere. Und das mag ich. Und deswegen könnte ich da reinbeißen. So sieht er von Nahen aus. Ich finde auch die Verpackung so extrem süß. Und der ist einfach auch ganz normal weiß. Dann habe ich einen von Balea. Einfach den ganz normalen Sensitive. Ich glaube, den kennt man. Der ist auch einfach ganz normal weiß. Und der riecht so ein bisschen wie Labello Hydrocare. Nur in ein kleines bisschen süßer. Und den mag ich auch im Moment sehr, sehr gerne. Denn der trocknet meine Lippen nicht aus. Der pflegt sie wirklich richtig gut. Dann habe ich von BB noch diesen klassischen. Den mag ich überhaupt nicht. Da steht zwar drauf. Safte Pflege für natürlich schöne Lippen. Aber das ist keins von beiden. Er ist auch ganz normal weiß. Und der trocknet meine Lippen aus. Und außerdem mag ich den Geruch nicht so. Weil er riecht so wie jedes BB Produkt auch. Und das mag ich nicht so gerne. Dann habe ich einen von, keine Ahnung, Neutrogena. Den habe ich gefunden bei uns. Und der riecht auch einfach so gut. Ich kann den Geruch auch nicht beschreiben. Aber das ist auch einer meiner Lieblinge. Der ist richtig weiß. Und der hilft auch meinen Lippen, dass sie nicht mehr austrocknen. Dann habe ich noch zwei von Labello. Einmal diesen Hydrocare, von dem ich gerade vorhin schon gesprochen habe. Weil ich gesagt habe, der riecht ein bisschen wie Balea. Ist so genial. Und auch die Verpackung ist so cute. Und der ist auch einfach ganz normal weiß. Und ich mag das, dass er so gut riecht. Und der ist auch immer als Backup in meiner Tasche mit dabei. Dann habe ich noch diese Labello Lip Butter mit Coconut. Und da muss man es so reinfallen. Das mag ich jetzt nicht so gerne. Das Döschen sieht so aus. Und wenn man so aufmacht, ist es halt so. Ganz normal weiß auch. Aber ich mag den Geruch, der nicht riecht nach Kokosnuss. Auch wenn es ein bisschen nach künstlicher Kokosnuss riecht. Aber das muss man in Kauf nehmen. Kommen wir jetzt auch zum letzten. Und zwar ist das ein Eos. Der ist Sommerfrüchte Eos übrigens. Und sieht, wenn man ihn aufgedreht hat, so aus. Ganz normal weiß, wie jeder Eos eben ist. Und der ist so extrem cute. Ich finde, er riecht nach Wasserminulle um Pfirsich. Und ich liebe beide Gerüche einfach unglaublich. Aber ich darf den nicht so oft benutzen, weil sonst werde ich süchtig danach. Jo, dann hoffe ich sehr, ich hatte so ein kleines Video gefallen. Und wenn ja, dann freue ich mich über ein kleines Dämpchen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, haut raus, ciao.